Yo Leute, was geht ab? Wir sind wieder am Start. Rainbow Six Siege rankt natürlich. Das, was alle sehen wollen. Ihr wisst Bescheid. Ich will das nicht sehen. Wieder eine rote Zahl am Ende. Das Team ist etwas kleiner geworden. Kati und Posty sind nur noch mit mir dabei und zwei Randoms. Yay! So, ja. Wir versuchen jetzt hier mal zu dritt unser Glück. Die anderen beiden sind abgesprungen. Letzte Folge. Aber wir sind noch heiß und heiß ist gut. Drück nur, drück bloß nicht auf Tab. Drück nicht auf Tab. Ishigo SP gegen den haben wir schon mal gezockt. Der Name, der hängt irgendwo. Also, ich kenne den nicht. Und ich glaube, ich bin da sehr, sehr froh drüber. Alter, diese Pings. So, und dann gegen Blätter schießen. Geil. Gut gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. So, Abydos sagte, der ist aus Österreich. Hallo, Abydos. Hallo. Na, geht doch. Oh, hat sich angehört wie Chris. Ja, was? Partyraum, Partyraum. Oder Keller. Ne, Brutzverräter wahrscheinlich. Partyraum wurde verstärkt dann. Ach, ist schon markiert. Ich habe nichts gesagt. Ich bin doof. Noch 10 Sekunden. Ach, endlich siehst du da ein. So, was spielt denn der Abydos? Jakal, der andere Random spielt. Glass, das heißt, die wichtigen Aufgaben werden an uns hängen. Ich habe eine Drohne in der Garage gegenüber. Oh, sehr gut. Nein. Okay, oben bittest du einen Pulsinator. Naja, der müsste Hit haben. Ich fahr mal erstmal mit der Twitch-Drohne rein. Bandit hat die Sachen schon platziert, by the way. Lol. Ei. Alles klar. Wir bleiben wohl nicht allzu lange im Raum, wa? So, drei Bandit-Batterien habe ich weg. Drohne tot. Okay. Meil. Fein draußen. Wieder sind. Äh, die Tür ist offen. Jo, der Jäger steht auch direkt da, voll mit Stacheldraht. Da kommen wir nie rein. Und andere Seite aus dem Fenster. Ey, nee, aus der Garage. Mein Gott. Da hinten, Garage. Ja, wozu habe ich eine Cam? Da, ist markiert. Hinter dem weißen Van. Guckt, piekt. Oh, jetzt hat sie die Cam. Ja. Ja. Kartenraum. Gehen wir Hälter sicher. Ja, dann kommt mal zurück von euren Roaming-Positions. Tür, kleine Tür rechts. Ja. Da haben die sich mit ihren Witzschwuchs aber... ...bisschen verkalkuliert. Ne, wir bin von hinten mit der Drohne. Rein, See, der Raum ist leer. Klar, rein, Stacheldraht, Bennett hat mich gehört. Ich, ihn, Heather, rein. Danke. Ich war hinter der komischen Metalltreppe und die Valkyrie hat mich trotzdem geholt. Das war ein bisschen mega unlucky. Junge, das war trotzdem ein hartes Ding, man. Bin jetzt schon wieder am Zittern. Was brauchen wir denn? Wir haben... ...wollen wir unser Castle nehmen? Ja, Serverraum-Castle, klar. Cooles Ding. Wir haben Rook, wir haben Bennett, wir haben Mute, wir haben Castle. Mira, ach so. Mira, joa. Saftig, gefällt. Nicht Mira? Doch, aber ich glaube, er stellt um. Also Waffen. Ne, hat er nicht. Hat sich nichts geändert. Vielleicht war der sich unerfiel in Skin. I don't know. Egal. Heute, erste Runde ging es schon mal auf uns. Ja, nicht sonderlich... ...nicht sonderlich... ...schön, aber... ...aber es heißt nicht schön, ne, halt... ...die Gunst der Sekunde... ...benutzt, genutzt und direkt mal. Ich hör den nicht, ey, warum sind denn die so leise? Ja. Die Wand wurde befestigt! Das Gerät ist in Position. Wandverstärkung abgeschlossen! Okay, guantan, Yetmer. Beim Verstärkung nichts verstanden, schade. Der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Fünf Sekunden. Geschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Hier, eine Drohne habe ich weg. So, wo kommen die her? Aus Schlimmhausen. Bitte sehr. So, außen kämpfen alle down. Nix gesehen. Toll. Ach, der Rook hat den Spot aus meinem Video, okay. Sniper. Okay, alles klar. Ich bin ja hier so gearscht, ne? Oh, der Sniper ist da. Man könnte das Fenster aufmachen und ihn one-tappen. Wenn er stehen bleibt. Durch das... Hat er dich? Durch das Fenster, ja. Er hat mich durch das... Ich hab's gesehen. Klar. Alles klar. Natürlich. Läuft bei ihm. Durch das Fenster krieg ich einen schönen, dicken Hit und bin auf 33 runter. Egal, lass dich als Sniper da stehen. Kann ich dich anschießen und hochheilen? Egal, ich hab 33, das reicht. Schön. Die kauen an unseren Castlebarrikaden. Ein Teamkill, der passt sehr gut ins... Damn it's down. Alles klar. Jackal down. Sehr schön, sehr schön. Der konntest du gut bleiben. Mira ist dann jemanden dran. Scheiße. Hier vorm Fenster. Seilt. Ich hab mal versucht, ein bisschen zu distracten. Locker bleiben. Eine Minute, einen Sniper. Und einer, irgendjemand. Ash, glaub ich, war dat. Oh Gott. Wow. Hier am Seil, hier am Seil. Ey, Serious. Schatz, du bist ja ein Mörder. Immer Objective from Ash. Ash in the Objective. Ash. Mach nur E-Beit. Oder. Halt links für dich. Rein! Schatz. Ah, links, 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 Schatz. Links, links, links. Da ist er. Besser halten, erf halten, erf halten, erf halten. Schön. Weiteren Zugriff auf den Bio-Tagos-Behälter verhindern. LOL. Die hat sich echt nicht bewegt, die alte. Ich hab sofort F eigentlich gedrückt, aber das hat es nicht angenommen. Einfach liegen bleiben, F gedrückt halten. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Fünf Sekunden noch. Ah, du hast Mute. Ich würde sagen, sie stirbt zuerst. Also, Ash. Glaube ich nicht. Ich hab ziemlich spät gedrückt. Also, das zweite Mal. Gucken wir einfach. Ganz ruhig. Ach, Mann. Die eschert sich echt nicht... Ich höre sie reinseilen, ne? Ich schieße sofort dahin. Die zischt vollgas halb durch den Raum, ne? Und holt mich instant. Aber gut, hat ja nur eine Kugel gebraucht. Der Sniper konnte mich ja durch die Mira-Scheiße schon... Ah! Yes! Ich wusste es doch nicht, dass er stürmt. Aber warum? Er blutet durch zwei Rüstungen und deswegen blutet er auch langsamer. Ernsthaft? Ja! Aber Kati war doch nicht mal bei der Hälfte und... Hä? Das geht doch nicht so schnell. Mute hat zwei Rüstungen und Ash hat nur eine. Sie blutet schneller. Sie hat größere Wunden durch weniger Rüstung. Also zumindest ist es meine Erklärung. Also wenn ich Ash habe, ich blute immer ewig schnell. Schatz, blutest du auch immer ewig schnell? Nein. Was würde passieren, wenn die Zeit 30 mal schneller vergehen würde? Männer hätten jeden Tag Zahltag und Frauen würden verbluten. Warte, pssst. Schlechter Witz, ich weiß, Entschuldigung. Nein, ich bin kein Frauenfeind. Ich wollte nur mal einen schlechten Witz bringen. Oh mein Gott. Ja! Alter, ey, die Runde war schon wieder totally chaos, so wie die erste, ne? Aber gut, die hatten einen Teamkill und so, das war ja hilfreich. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. So, jetzt nochmal und dann nochmal und dann ist gut. Dann wäre ich auch zufrieden. Nö, ich nicht. Ich will zufrieden sein. Kartenraum ist frei. Server. Rote Gebäude höre ich nichts. Ja, Server. Ja, Jäger haben sie. Und Mira. Ja, ich war schon nix zu machen. Ja, ich mache hier wieder meinen Check-You-Camps-Spiel. Ne, checkt eure Camps. War ja gegen Mafuyu ein deutsches Duell. Ja, da haben die sich auch ein klein wenig drüber... Ja, beim ersten Mal ging es, aber beim zweiten Mal hätten sie mich fast beleidigt. Garage, Garage, weißer Ben, Garage, weißer Ben. Alles klar. Jetzt machen wir hier ein Angriffsspiel, oder? Ja, ich will dich beschützen. Willst du dich beschützen? Ah ja. Ja. Deswegen lässt du mich vorlaufen. Mit meinen Setcher-Dingern. Ja, Wichchen, ich glaube, du hast deiner Frau falsch beigebracht, wie man Leute beschützt. Ja, die macht halt schon. Oh, das war alles. Und und was. Boah, weißer Ben, hat Hit, hat Hit. Okay, von mir aber auch schon einen. Ich jag den mal. Ich wurde entdeckt, ah, aus den Camps. So, wo versteckt sich der Jäger? Ja, fangen wir mal nach oben, so. Wir können fast retten, der hängt da immer noch in der... Ich kann nie den Tatscher. Wer hat nie den Tatscher? Hier, unsere Randoms oben auf dem Dach. Sehr vorsichtig, da hinten ist Mira in dem kleinen Zwischenraum. Schmeiß einfach die Nate direkt vor die Wand. Also vor die Wand da einfach. Ah, ein bisschen zu kurz. Ich dachte, man kann die... Oh, shit. Okay, ich gehe jetzt auch noch mit der... Oh. Ja. Hinter uns wurde im Übrigen die... Oh, ja. Das hat man gehört. Ja, ich habe es nur ganz leise gehört. Ich dachte, das wäre alles weg. Nein, oh Mann! Der Jäger ist wieder, äh, Quatsch, erbändet. Ist wieder rausgerannt gekommen. Da kommt gleich der Erster wahrscheinlich noch hinterher. Ja. Es bleiben noch 15 Sekunden. Passt nicht mehr. Es bleiben noch 10 Sekunden. 15 Sekunden. Ich... Ich bin wieder da. Loan. Eigener Druck neutralisiert. Ja, ey, aber mega unlucky, dieser Bandit, Mann. Also, ich war mega unlucky mit dem Bandit. Ach, 244er Ping, der springt raus, schießt schon und du siehst noch gar nicht. Hör auf. So. Ist ja wieder ein klares Ding, warum. Warte, welchen Raum nehmen wir? So. Wozu, Räte? Ich fände die ganz gut. Gut dann. Also, egal. Ne, können wir ja. Wir haben ja Mute, wir haben Bände, das kann man gut zu machen. Aber, aber, ja, mal schauen. Hör mal, hör, hör, hör. Das wird schon, das wird schon. Oh, guck mal, du kriegst ja ein Mera-Fenster für dein Bandit. Oh. Support, support. Oh, unfall, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich mach den Drupperinio. Aie, aie. Ich hab ein Röhnchen gefangen. Du meinst gehört. Dein Haus tot, bevor es Eier liegt. Hab ich. Ähm, eine Wand brauch ich hier noch. Ich hab alles weg. Ja. Mira, 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 Mira. Fünf Sekunden noch. Mira, 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 Mira. Jo, 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 jo. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgutbehälter nicht finden. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht mehr. Die Tür sind aktiviert. Das Gerät ist aktiviert. Ich glaube, es war ein Rook. Oh, ich glaube, es war ein Rook. Wir haben Rook als Bitcher. Der pingt schon, der pingt schon, vorne. Also, vorne ist da. Jawohl, schön. Wo war es? Wo war es? Wo war es? Äh, ich glaube, es war ein Rook. Oh, nice, nice. Ich lasse es lieber offen. Da ist, da ist, da ist, da ist Glass, da ist Glass. Don't peek, it's Glass, it's Glass. Es ist Glass. Sniper, Sniper steht hier vorne. There's one near the garage anyway, up there. Post, ihr könnt sie den Rooks up... Oh, shit. Oh, mit Rooks upbrotten ist nix. I swear I die, fuck. Nee. Scheiße. Gerät ist platziert. Ich setze das Gerät ein. Treppe oben, Posty. Treppe oben. Es ist markiert. Lauf weg, Posty, wenn der Rooks bin, bin ich auch noch da. Kommt runter. Kommt runter. Schön. Los, du, was? Äh, kleine Tür hinten hat Hit. Ah, ich komme hier nicht weg. Noch Sniper. Bleib da, bleib da. Äh, Sniper. Okay, Gas. Smoke. Bart ist frei. Äh, hinten im, hinten in den, in den Gängen sind Camps, ne? Also, wenn der hinten im, im Dings ist. Ja, ich, äh, da sehe ich aber nix. Ja, die Camp ist auch ein bisschen scheiße, muss ich gut sein. Egal, egal. Nur wenn auf der... Oh, ist das auch... Jawohl, die Mira. Sehr schön, sehr schön. Wow. Junge, ich renne da lang und ich höre... Null. I just shed my pants. Ah, wie geil ist der denn drauf. Jawohl. I just shed my pants. Äh, ich weiß nicht, ob ich die Banner nehmen soll. Egal. Ja, von dem... Könnte die auch nehmen, aber... Nee, 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 nee. Nö, nee, 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 nee. Diese Begeisterung. Ja, der eine Typ nimmt ja nur Sniper, der... Oh, wir haben noch einen Thermite im Team. Okay, das ist schon mal doppelte Sprengbums. Mhm. Ich bin ein cuter Team, so wie das. So, jetzt konzentrieren. Das schaffen wir. Wir sind gut drauf. Außer wir machen wieder... Außer wir machen hier wieder voll die Chaosrunde draus, die Gegner. Aber das jetzt haben wir gut runtergespielt. Ja, das gerade war schön. Warum schön, die... Äh, über der Garage. Über der weißen Garage hier mit dem weißen Wänden und so. Kartenraum. Kartenraum, jawohl. Oh, überlegst du... Hä? What the fuck? Was meint der Typ? Zur Entschuldigung, zwei Uhr nachts, Leute, ne? Ich darf verwirrt sein. Ja, ist du das. Nein. Immer on top of my game sollte ich eigentlich sein, aber heute nein. Oh, ja, Rubberbending. Ist klar, natürlich. Gerade dann. Fünf Sekunden. Mira, mach Fenster zur Küche. Pass auf Bitchmoos auf, die werden wieder überall stehen, die Arschgeigen. Ja. Okay. Denkt an die Außencamps, die down zu machen. Okay. Down. Ich bin mit der Drohne im roten Gebäude. Da, wo ihr gerade draufsteht. Die Drohne fährt auch mit, super. Rotes Gebäude sollte komplett sauber sein. Ich habe den Keller nicht ganz gecheckt, Leute, aber... Schaut. Nee, ich habe gerade hin gezielt, weil ich... Ey. Im Tunnel, äh, in der Brücke hier. Also hier, die Brücke, da war der Bandit. Ne. Den. Nö. Ich werde nicht so fahren. Genau den meinst du? Den Jäger. Das war Mira. Also links am großen Fenster war der... Oben, ähm... Oben in der Kommt-Zentrale ist noch einer. Der schlägt da Fenster auf. Nice Wallhack, aha. Hm, der auch so super gut wurde. Da war der Jäger. Wohl auch so... Überzeugt. Der hat mir sofort einen Headshot gegeben. Sollte langsam mal rinnen, ne? Kein draußen, in der Reihe. Ja, sag ich ja. Wir wollen... Diese fickrate Jäger, ne? Sowas von 100 pro an, der Typ, ne? Ja. Bandit down. Hier, glaube ich, letztes Mal hier an der Tür bei mir. Wow, wir kommen nicht, wir kommen nicht rein. Ne? Weg da! Wurde entdeckt. Wow. Von wo? Ah, rein. 15 Sekunden. Ein verbleibender Operator vermeidet. Ach, oben im Surferraum ist der Jäger. Nein, schade. Ach ja, kreisig auf die Punkte, alles klar. Ach, Mädels. Ja, jetzt kommt hier mit dem T-Bag Scheiß, alter. Dann krieg ich dich einfach mal raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Haben wir irgendwo eine Bandit-Band? Ne, die hab ich kaputt gemacht. Eigener Druck getötet. So, Jäger. Wenn sich da schon vier Leute einig sind, dann brauch ich mir das auch nicht mehr Leute angucken. Wobei, ich bin auch unten, mach keinen Ton, weil ich in der Drohne bin. Komm raus, guck um die Ecke. Und da steht schon an der Tür und schießt, wenn ich um die Ecke komme. Geiler Typ, alter. Geiler Typ. Ja, erstens darfst du nicht vergessen... Ach, nee. Wir hatten 40er-Bing, alles klar. Gut, ich wollte gerade sagen, der hat... Wo gehen wir hin? Hallo? Hier ist es egal. Karten, 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 Mute. Ähm. Du machst ja, du machst ja Sounds, wenn du in die Drohne gehst und aus der Drohne kommst. Und, äh, ich wollte gerade sagen, der hat ein Hyping. Aber ich darf auf dem Dach, ja? Da ist aber auch schon ein bisschen Distanz dazwischen gewesen, mit Drohne und so. Und der hat Fenster aufgemacht und direkt Headshot. Ich hab noch die, äh, Bretter fallen sehen. Und der hat schon deinen Kopf gehabt. Ja. Ja. Okay. Vor allem, Osi beschwert sich, du beschwerst dich, der Random beschwert sich und bei mir war das Ganze auch nicht, nicht, nicht ganz koscher. Äh, ich hab mich nicht beschwert. Und nicht? Egal. Egal. Ich mein, wir melden ja nur Verdächtiges für halt. Heißt ja nicht, er da hackt oder er gebannt wird. Ich hab diesmal mit dem keine Probleme gehabt. Der war nur oben im Serverraum und ich stand auf der Treppe. Also es war eher... Rüstung, Leute, Rüstung. Unlucky. Hab ich. Wird, dann haben wir noch... Brauchen wir noch Wände, ich hab noch zwei. Äh, ja, was du hier so findest im Raum, kommen wir in Ordnung. Schau einfach mal. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Mach mal hinten einer die Fenster auf. Schnell, schnell, schnell. Wo ist hinten? Ach shit. Ich bin gleich so tot. Ich auch. Also das letzte Mal, das letzte Mal eigentlich nicht zu. Ne, 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 ne. Ein Risiko. Mute, mute, hier bitte. Wo? Gäste kommt aus der Küche, äh, Quatsch, hier. Sniper. Sniper Küche, ja. Ach. Küche, 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 Küche. Hartenraum aufpassen, hier wird der Küche auch drin sein. Aufteilen, Posti. Nicht, dass er uns beide holt, nur einen, wenn überhaupt. Ach, hier ist ja... Haha. Ich laber scheiße. Und jetzt geht's bei mir auf. Lol, twitch Drohne aus dem Nachbarraum, alter. Hab sie. Danke. Danke. Hier. Ne, 1.30, ich piek gar nichts. Ich... Küche. Ich werde es in das Magazin! Hüp, das fliegt nicht kaputt, mein Freund. Und... Gas, in der Küche. Ja, ja. Einer reingesighted. Termite ist in der Küche. Glace down. F***. Da, ich bin. Vielleicht. Termite ist in der Küche. Termite ist close to you. He's in der Hallway. Hier in der Küche ist noch einer an der Drohne. Ja, er war in der Küche. Der Drohne ist down, aber er weiß, wo ich sitze. So, er war down. Ja, er weiß auf jeden Fall, dass ich da bin. Nicht peeken, er muss rein. Er muss rein. Bleib einfach safe. Oh, Haupttür. Liegt irgendwo an. Oh Gott, hier bei mir. Ich bin von hier gekommen. Ja, GG. GG. Sehr schön, sehr schön. Easy peasy, lemon squeezy. MVP. Und es wird sich schön gebitcht im Chat. So, Leute. Zu dritt und mit zwei Randoms klappt es doch auch wunderbar. Dann wird sich immer noch gefeiert. Boah, Palatins war bei den Gegnern. So, Leute. Ah, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Und wir gehen hoch auf Gold ein. Ja, ich bin auch wieder Gold. Kathi freut sich auch über Golds. GG. So, Leute. Dann bis zur nächsten Folge. Reingauen und bye bye. Tschau tschau. Tschaui. Tschaui. Tschau tschau tschau. Tschau tschau tschau. Tschau tschau tschau. Tschau tschau. Tschau 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 tschau. Bis zum nächsten Mal.